Hallo nochmal! Weiter geht's mit unserem Überblick über die Pulsar Neuheiten, die wir auf der IWA Outdoor Classics 2024 in Nürnberg vorstellen. Das Merger LAF XP35 ist der Held dieses Videos. Als unser neuestes und kompaktestes Fernglas verfügt es über das weiteste Sichtfeld aller Wärmebildferngläser auf dem Markt. Es ist zudem mit einem Laser-Entfernungsmesser ausgestattet. Und das Wichtigste? Ein extrem empfindlicher Wärmebildsensor. Mit diesem Gerät kannst du große Bereiche abglasen und hast die volle Kontrolle über die Situation. Zusammen mit der Zwei-Augen-Sicht ergibt sich ein Gerät für stundenlanges Beobachten. Der Wärmebildsensor in diesem Merger Fernglas ist unser typischer, hochauflösender Lin-Red Sensor aus europäischer Produktion. Dieser extrem empfindliche Sensor liefert dir ein hoch detailliertes Bild unter allen Wetterbedingungen. Wie du sehen kannst, liegt das Fernglas gut in der Hand und ist wirklich leicht, sodass es sich auch super für die Pirsch eignet. Der präzise Laser-Entfernungsmesser sorgt für eine schnelle und fehlerfreie Entfernungsmessung. Und schließlich sollten wir über die Akkus sprechen. Hier haben wir zwei davon, einen internen und einen austauschbaren. Zusammen bieten sie dir bis zu neun Stunden ununterbrochene Betriebszeit. Ich hoffe, du wirst die Gelegenheit haben, den Pulsar-Stand auf der IWA 2024 zu besuchen, um alle unsere neuen Produkte selbst ausprobieren zu können. Wir sehen uns dort!